Ja, hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf Check That Snack und heute testen wir die Müller-Ecke Deluxe. Der Typ ist Wiener Melange, das ist milder Kaffeejoghurt mit zartknusprigem Feingebäck. Also, machen wir das einmal auf. Mh, Kaffeejoghurt mit Feingebäck. Das Feingebäck sieht sehr interessant aus, was ist das denn? Okay. Okay, ich habe mir das jetzt irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Egal, probieren wir erstmal den Joghurt, Kaffeejoghurt. Ja, schmeckt nach Kaffee. So, rein damit. So, und dann mal probieren, wie das schmeckt. Ja, nachdem ich jetzt probiert habe, muss ich sagen, das schmeckt zwar ganz okay, das kann man essen, aber... Naja, also ich weiß nicht, wie der Melange kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Das schmeckt eben irgendwie so nach Standard-Kaffee und dieses Feingebäck finde ich irgendwie ziemlich... Naja, ich weiß auch nicht, unpassend irgendwie. Es klebt in den Zähnen und ist irgendwie zu süß, finde ich. Aber sonst, naja, man kann es essen, aber hört mich jetzt trotzdem nicht so vom Hocker. Aus dem Grund gibt es für das Produkt auch nur eine neutrale Bewertung. Alles klar, das war es auch schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst mich doch mal wissen, wie ihr das findet. Ob ihr das ähnlich findet oder ob euch das vielleicht super schmeckt. Das soll es gewesen sein für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.